Oh man Leute, ihr glaubt mir das gar nicht. Ich krieg gleich Besuch und ich verrate euch auch gleich von wem. Also, ähm, deswegen, wir müssen irgendwie noch ein bisschen umräumen, weil irgendwie sieht mein Zimmer irgendwie ein bisschen unordentlich aus. Vielleicht sollte ich vielleicht den Ofen nach... Hä? Es hat geklingelt? Warum jetzt schon? Ich, also sozeitig wollte ich eigentlich noch keinen Besuch haben. Warte mal. Äh, warte. Was, Hanna? Was machst du hier? Hi, Lumi. Äh, komm kurz rein, wenn du magst. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen Schleimi abholen. Kommst du zu mir mit zum Spielen? Äh, ich, ich wollte dich dann eigentlich... Äh, äh, was? Also, äh, ja, wenn du, wenn du magst, dann lass mich kurz meinen Ofen wegpacken zu Schleimi. Zu Schleimi. Ja, ich, äh, okay. Leute, was hat Hanna denn vor? Ich wollte sie eigentlich gleich einladen und sie sollte mich besuchen. Aber jetzt hat sie mich... Äh, egal. Äh, okay, dann lass klingeln bei Schleimi. Schleimi! Hä? Was geht, Freunde? Möchtest du mit uns spielen kommen? Äh, ja klar. Natürlich kann ich mit meinen Freunden mitspielen. Äh, aber, Hanna, äh, der Spielplatz ist doch abgesperrt. Was, was willst du denn spielen? Wir gehen zu mir nach Hause. Ich hab dein Spiel vorbereitet. Oh, die und Brex, die warten da auch schon. Äh, äh, hast du das... Schleimi, weißt du irgendwas? Also, ich weiß von gar nichts. Ich weiß auch nichts. Also, die Jungs haben mir auch nichts gesagt. Äh, okay, dann, äh, lass uns losgehen. Äh, oh, Leute, ich weiß echt nicht, was Hanna vorhat. Wisst ihr es? Aber, Leute, ich hab wie immer im gesamten Video drei kleine Diamanten versteckt. Könnt ihr alle Diamanten finden? Wenn ja, schreibt nach dem Video Hashtag Diamant in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und ansonsten, lass doch unbedingt ein Like da. Äh, aber, oh, oh, die anderen sind schon... Oh, äh, äh, ich bin schon da, Hanna. Oh, oh, oh. Oh, hi, Lumi. Äh, Brexi, ihr seid ja auch schon da. Odi, du bist ja auch hier. Hi, Lumi, wie geht's? Äh, gut, äh, wir haben uns ja alle hier versammelt. Sag mal, ist irgendwie eine Geburtstagsparty und ich hab sie vergessen? Oder warum sind wir heute alle hier, Hanna? Was verheimlichst du uns denn? Oh, sag doch. Du hast mir auch noch nichts gesagt. Also, Leute, ich habe was vorbereitet bei mir zu Hause. Und zwar, wir spielen heute Wahrheit oder Pflicht. Hä? Aber warte mal, da spielen sonst nur die Großen aus der Schule. Wollen wir das wirklich? Oh, oh, meine Eltern haben gesagt, ich soll sowas niemals spielen. Oh, oh. Äh. Aber, aber, Schleim ist doch eh nur ein Lügner. Hä, gar nicht. Okay, ich spiel mit, Hanna. Ich spiel auch mit. Hm, 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 ich auch. Oh, Brexi will wohl nicht mitspielen. Haha, dann geh nach Hause. Wir spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht. Oh, Mann. Okay, ich mach mit. Oh, wow. Äh, Hanna, aber es passiert auch nichts, okay? Es passiert nichts, versprochen. Äh, aber wo wollen wir das denn jetzt spielen? Also, ich... Komm mit. Oh, oh, wow. Hier sieht es ja richtig cool aus. Oh, 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 wow. Sag mal, äh, Hanna, du hast ja hier richtig viel vorbereitet. Wow. Oh, mit Lichterketten. Voll cool, Mann. Und jeder hat seinen eigenen Stuhl in seiner Farbe. Äh, oh. Meiner ist blau. Meiner ist gelb. Meiner ist pink. Meiner ist grün. Ich bin Lila. Sind wir jetzt die Power Rangers? Äh, ja, also, das wäre mir neu, wenn wir Superhelden wären, aber... Hä, wie funktioniert das denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie man das spielt, Hanna. Du musst uns das jetzt mal erklären. Okay, also, ich sage beispielsweise Wahrheit oder Pflicht zu Lumi. Äh, okay, und dann? Dann suchst du dir eins von beiden aus. Zum Beispiel Pflicht. Okay, und was muss ich dann machen? Dann drückst du da vorne auf den Pflichtknopf und bekommst eine Aufgabe. Äh, Wahrheit oder Pflicht? Und da sind dann Aufgaben drin, oder wie? Oder halt Fragen. Äh, oh, 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 okay. Aber, äh, wer fängt denn jetzt an? Der Jüngste fängt an. Wie alt seid ihr? Oh, Mann. Äh, also, äh, ich bin schon neun. Äh, ich, ich glaube, Prexy, du bist der Sieben. Ich glaube, du bist der Jüngste. Oh, okay. Okay, Leute, das heißt, Prexy muss jetzt anfangen, weil er ist der Jüngste. Wie alt seid ihr? Seid ihr älter als Sieben? Dann lasst jetzt unbedingt mal ein Like da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr jünger seid, schreibt es in die Kommentare. Wie alt seid ihr? Äh, okay. Hm, dann, was soll ich machen jetzt, Hanna? Also, Prexy, du musst mir jetzt sagen, ob du Wahrheit oder Pflicht nimmst. Nimm Wahrheit, 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 Wahrheit. Okay, 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 ich nehm Wahrheit, Wahrheit. Okay, dann musst du jetzt den Wahrheitsknopf drücken. Komm schon, drück drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, er muss drücken. Komm schon, drück, drück, drück. Los, Prexy. Los, los, los. Und drei, zwei, eins. Oh, oh, was, was hast du bekommen? Was ist deine Aufgabe? Komm, sag schon, Prexy. Oh nein, das kann ich nicht vorlesen. Äh, doch, wir wollen jetzt wissen, was du für eine Aufgabe bekommen hast. Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Du musst uns das sagen. Genau. Hier steht drauf, bist du verliebt in irgendjemanden? Verliebt? Oh, oh. Verliebt, aber... Prexy? Prexy, du hast uns gar nichts gesagt. In wem bist du verliebt, Prexy? Da steht nur, ob ich in jemandem verliebt bin. Da steht nicht, dass ich sagen soll, in wen. Okay. Hm, aber ich will wissen, bist du in eine Person verliebt, die in diesem Raum ist? Er liebt Scheiße. Wir sollen die Wahrheit sagen. Ich bin kein Lügner. Der Nächste ist dran. Oh, ich kann's nicht glauben, Leute. Wisst ihr, in wem Prexy verliebt ist? Wenn ja, schreibt sie in die Kommentare. Oh, äh, oh, okay. Brexy, jetzt deine erste Aufgabe. Äh, wer ist der nächste, Hannah? Jetzt darf Prexy einen aussuchen, der als nächstes dran ist. Nimm Lumi, Prexy, nimm Lumi. Nein, nicht mich, Brexy. Doch, doch. Wir sind gute Freunde. Bitte nicht, komm schon, Brexy. Du kannst auch Schleimi nehmen. Brexy, nimm Lumi. Lumi, 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 Lumi. Oh, Mann, jetzt bin ich dran. Ich, okay, ähm, ich, ich. Oh, nein, Leute. Soll ich Wahrheit oder Pflicht nehmen? Hm, Leute. Wenn ich Wahrheit nehmen soll, lass dein Like da. Und wenn ich Pflicht nehmen soll, abonniert den Kanal. Drei, zwei, eins. Oh, es haben mehr Leute abonniert als geliked. Oh, jetzt muss ich, 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 ich nehm Pflicht. Okay? Pflicht, Pflicht, Pflicht. Okay. Los, Lumi. Oh, 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 oh. Oh, was steht drauf? Oh, was steht drauf? Oh, ich guck jetzt, okay? Und die Aufgabe lautet, da steht, küsst eine Person mit pinken Augen. Ih, du musst jemanden küssen, Lumi. Bäh. Nein, du küsst niemanden heute. Warte, aber wer hat denn pinke Augen? Schleimi hat rote Augen. Roto hat grüne Augen. Ja. Brexy hat braune Augen. Es hat niemand pinke Augen hier im Raum. Warte, klar. Ich bin hier aus dem Weg. Hä, warte, was? Nein, ich kann doch jetzt nicht. Du musst Hanna küssen. Lumi und Hanna sitzen auf dem Baum. Oh nein, Lumi, lass das. Das klappt mal. Oh nein, ich, ich, ich. Ich brauche kurz Ruhe. Oh nein, Leute, was soll ich jetzt machen? Ich kann doch nicht. Oh Mann. Ah, okay, Leute. Ich, ich, ähm, ich muss das jetzt. Also, warte mal. Äh, Hanna, du hast pinke Augen. Das ist meine Pflichtaufgabe. Alles gut, Lumi. Hä? Das finde ich jetzt gar nicht cool. Äh, warum, Brexy? Was ist, bist du etwa eifersüchtig, hä? Nö, geh weg. Äh, äh. Okay, also, Hanna, ähm, also. Oh. Mh. Äh. Äh. Eklig. Äh. Äh. Ich, das war meine Aufgabe. Jetzt hört auf damit. Äh, ich, ich hab das jetzt gemacht. Jetzt ist, jetzt darf ich jemanden aussuchen. Und ich nehme. Schleimi, 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 Schleimi. Lumi. Lumi. Ich nehm Schleimi. Ja. Äh, ich nimm Wahrheit. Äh, du nimmst Wahrheit? Ja. Dann musst du da draufdrücken. Komm schon. Okay, ich bekomm bitte was Gutes. Äh, seid ihr bereit? Ja. Ja, wir sind bereit. Komm schon, drück drauf. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Oh. Oh nein. Was steht da drauf? Ähm. Ich hab noch was zu Hause, Jungs. Wir sehen uns später, ja? Äh. Du bleibst hier. Du sagst uns jetzt deine Aufgabe. Komm schon, was ist deine Aufgabe? Sag schon, Schleimi. Was hast du für eine, für eine Aufgabe? Was steht da drauf? Sag schon. Bei mir auf dem Zettel ist drauf, ob ich schon mal an Minecraft gecheatet hab. Aber, was machen wir böse Leute? Hast du? Hast du? Hast du? Sag die Wahrheit. Hast du schon mal gecheatet? Ich wusste, woher hast du sonst so viele Diamanten immer? Das ist, äh, ist so. Nein, nein, nein. Das war, das war nur einmal. Einmal wirklich, nur einmal wirklich. Oh. Das ist, oh. Das ist ja eklig. Du bist richtig schleimig, Schleimi. Möchte jemand Diamanten von mir? Äh, ja. Ja, jetzt kommt ihr alle. Nö. So, ich setz mich hin. Blöd, Mann. Ach, Schleimi, wen nimmst du als nächstes? Ähm. Genau. Wen nimmst du als nächstes, Schleimi? Nee, 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 nicht mich. Möchtest du nicht, Udi? Nimm Hannah, nimm Hannah. Äh, Hannah, weit oder Pflicht, Hannah? Oh. Hannah, du bist dran. Pflicht. Oh. Wow. Sie nimmt Pflicht. Wow. Wow. Sie traut sich mehr als ihr. Äh, ich hab... Das kann ich aber nicht. Äh, warte. Was steht drauf? Sag schon. Hannah, du musst die Aufgabe jetzt machen. Wir haben auch alle unsere Aufgaben gemacht. Jetzt sag schon. Was musst du machen? Okay. Sag schon. In Badekleidung durch die Stadt laufen. Ha, 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 ha. Du bist... Oh, nein. Äh, warum sagst du, oh nein, Braxy? Ist doch lustig. Ich mag das nicht. Warum magst du... Äh, warte. W-w-w-was interessiert dich das überhaupt, Braxy? Hast du etwa... Höh! Nein, nein, nein. Sag es nicht. Ey, du bist verliebt. Aber warte mal. Lass... Hör auf damit. Das ist nicht cool, Braxy. Warte, Hannah, du musst jetzt die Aufgabe machen. Ja, aber ich geh mich erst umziehen. Und ihr bleibt hier. Ja, Lumi. Lumi, was willst du? Ich glaub, Braxy liebt Hannah. Ich glaub auch. Meinst du, er ist verliebt in sie? Er ist ganz komisch, oder? Ja, der ist übel komisch. Ähm, was heilt ihr denn mit Schleimi? Schleimi? Ja? Sag mal, äh, denkst du auch, dass Braxy verliebt in Hannah ist? Nein, bin ich nicht. Braxy ist verliebt, verliebt. Blöd, Mann, blöd, Mann. Oh, ihr seid so doof. Ich geh nach Hause jetzt. Du darfst nicht raus, Hannah. Zieht dich um, du Vollidiot. Echt? Braxy! Okay, 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 ich hör auf. Wo bleibt die denn, Lumi? Es hat geklopft. Hä? Ihr dürft aber nicht lachen. Äh, nein, wir lachen nicht. Komm schon. Hör auf zu lachen. Hör nicht aus. Du musst jetzt durch die Stadt laufen. Bist du da bei einem? Mich darf keiner so sehen. Ja komm, lauf. Du musst jetzt durch die ganze Stadt laufen. Guck mal, alle her. Alle gucken. Hallo, du bist voll flöt. Hä, Braxy, du ärgerst doch jetzt auch. Was soll das denn? Ich denke, man soll sie nicht ärgern. Ja, aber ich habe doch gesagt, ich soll sie ärgern. Guck mal, Leute. Sie läuft durch die ganze Stadt. In Badeklamotten. Wie peinlich. Komm, Hannah, du bist fertig. Komm schnell nach Hause. Ja, das war viel zu kurz. Noch eine Runde. Hä, Udi, jetzt reicht aber auch. Kommt schon, lass uns wieder reingehen. Ich gehe mich wieder umziehen. Warte mal, wo ist Schleim? Wo ist Schleim? Schleim? Wo ist Schleim? Schleim? Wo? Ja? Wo warst du? Ich habe mir hier einen Kaugummi aus dem Kaugummi-Automaten geholt. Hannah? Er war aber nicht. Schleim? 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 Nein. Ich war hier nur beim Kaugummi-Automaten. Du Schleimbeutel. Ist so. Iiiiih. Das ist üblich. Ihr seid gemein. Wir spielen weiter. Kommt schon. Oh, Hannah, du musst entscheiden. Wer ist als nächstes dran? Weil Udi so gemein war, ist jetzt Udi dran. Ich war nie gemein. Du hast gelacht. Genau, du hast gelacht, Udi. Jetzt bist du dran. Ich nehme... Ich nehme Wahrheit. Wahrheit? Ja, dann musst du auf den Knopf drücken. Ja, okay. Drück drauf, drück drauf, drück drauf, drück drauf, drück drauf. Ich habe Angst, Leute. Jetzt darf ich aussteigen, bitte. Leute, 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 Leute. Was reimt sich auf Udi? Äh. Blödi. Hey, das riecht. Okay, ich drück drauf, Leute. Komm schon. Was hast du für eine Aufgabe? Sag schon, was musst du uns verraten? Oh, ich will nicht. Lies vor. Sag es, sag es. Ja, okay, hier steht drauf. Hast du schon mal bei deinen Freunden geklaut? Jetzt kommt die Wahrheit raus. Aber nein, Udi würde sowas niemals machen. Doch, habe ich. Hä? Endlich ist es raus. Bei wem? Ich habe bei Lose Diamanten geklaut, ich habe bei Braxy Bananen geklaut, ich habe bei Schleim geklaut und bei Hanna habe ich vorhin Kaugummis geklaut. Er ist ein Clown. Ein Dieb. Es war nicht so gemeint. Entschuldigung. Ja, ich mag Udi. Ich verzeihe dir, Udi. Jeder darf mal einen Fehler machen. Aber es sollte nur einer bleiben, okay? Okay, okay. Ich mache es nie wieder versprochen, Leute. Also, Udi. Wir vergessen die Frage einfach, okay? Okay, danke. Lumi. Aber ey, du musst den nächsten auswählen. Wer ist jetzt dran, Udi? Ich nehme Lumi. Braxy, Hanna, Schleim. Ich nehme Lumi. Warum denn schon wieder ich? Haha. Oh Mann. Okay, Lumi. Wahrheit oder Pflicht? Äh, oh, ich bin wieder dran. Was soll ich nehmen, Leute? Wahrheit oder Pflicht? Schreibt es in die Kommentare. Ähm, also ich, äh, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht? Nehm Pflicht. Äh, Hanna, ich soll Pflicht nehmen? Bist du dir sicher? Äh, okay. Wenn Hanna das sagt, nehme ich Pflicht. Oh. Ich habe meine Aufgabe. Seid ihr bereit? Ja, sag schon. Sag schon. Schnell. Lies vor. Äh, da steht, esse wie ein Schwein. Äh, dann machst du, dann, dann, du machst das ja sowieso wie immer, Algo. Äh. Haha, du bist ein Schweini. Schweini, Lumi. Aber ich habe gar nichts zu essen mit. Also kann ich die Aufgabe gar nicht machen. Egal. Doch, wir haben was zu essen. Ich habe was dabei. Und jetzt gehen wir raus und suchen ein Schwein. Und du wirst mit dem Schwein zusammen essen. Ja, machen wir. Los, los, los. Das ist voll die blöde Aufgabe. Die lachen mich alle aus, Leute. Das ist voll doof. Ja, wo, wo seid ihr denn? Hallo, ich finde kein Schwein. Lumi, hier drüben. Wir haben eins gefunden. Komm, schnell. Sogar im Schlaf. Komm, das passt sogar. Komm. Komm mal hier drüben. Oh, das ist. So. Ich gebe dir hier dein Essen. Ah, das ist voll die doofe Aufgabe. Soll ich jetzt da wirklich rein? Und schütteln. Ah, aua. Und jetzt wie ein Schwein grunzen. Grunzen. Und essen. Ah, ich will das nicht. Das ist ekelhaft. Der Schleib ist voll schleimig. Ja, natürlich. Jetzt musst du aber essen. Du hast Pflicht genommen. Leute, holt alle die Kameras raus. Okay. Hey, das geht viel zu weit. Das ist voll... Los, Lumi, los. Und immer schön lächeln, Lumi. Oh, das ist ekelhaft. Hanna, sag was. Komm schon, bitte. Du musst das machen. Das ist deine Aufgabe. Ach, Mann. Lumi. 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 Feuert ihr ihn an. Ihr müsst ihn auslachen. Haha, Lumi. Haha, blöd, Mann. Aber... Hör auf. Du bist ein Schwein, Lumi. Du heißt ab jetzt Schweini. 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 Er ist vom Schlamm. Ja, reicht jetzt. Ich will das nicht mehr. Ich bin voll dreckig. Ich muss mich jetzt duschen gehen. Der hat einfach ins Schlamm gekizt. Hä, warum lachst du mich aus, Hanna? Du hast mich auch ausgelacht. Oh, Mann. Oh, Mann, Leute. Das war voll die blöde Aufgabe. Oh, Mann. Ich war jetzt duschen. Ich bin jetzt wieder sauber. Okay, es kann weitergehen. Ich bin wieder da. Hä, Leute? Hört ihr das? Pff, pff, pff. Hahahaha. Lumi. Hey, du Schweini. Äh, Mann. Hört auf damit. Weißt du was? Ich darf jetzt aussuchen, wer dran ist. Und ich nehm Udi. Ich war doch grad schon. Du musst jetzt machen, Udi. Du musst jetzt machen. Ähm, kann ich wieder Wahrheit nehmen? Das ist doch langweilig. Ähm. Eben. Nimm Pflicht, Udi. Pflicht, 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 Pflicht. Pflicht, Pflicht, Pflicht. Pflicht, Pflicht. Pflicht, Pflicht. Mach sie. Mach sie. Komm schon. Ich will sie nicht machen. Okay, warte. Hä? Oh, nee. Was steht da? Was steht da? Was steht da? Ich mach das nicht, Leute. Lies vor. Was ist deine Aufgabe? Da steht vor. Rufe deine Ex-Freundin an. Aber ich will das nicht. Ich will nicht mitspielen. Hä? Leute. Äh. Ex-Freundin, warum? Was passiert mit mir? Ich spiel nicht mit. Warte. Mach doch einfach die Aufgabe, Udi. Nein, ich will nicht. Ja, aber es ist hier. Warte. Udi. Warte. Hä? Udi, sei. Warte. Wo ist Udi hin? Und es regnet sogar. Warte mal. Was ist hier passiert? Warte mal. Udi, du machst einen Dummstreich. Wo? Wo? Udi. 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 Warte, er ist bestimmt zu Hause. Leute, irgendwas stimmt nicht. Er ist bestimmt zu Hause. Warte mal. Irgendwas ist hier ganz komisch. Udi, Udi. Mach wieder mit. Hä? Udi. Udi. Junge. Hanna. Verheimlicht uns etwas. Was ist los? Wo ist Udi? Wir müssen weiterspielen. Wir dürfen nicht aufhören. Ich hab euch was verheimlicht. Was? Was ist? Was ist los? Wo ist Udi? Ähm. Also. Es gab, ich war heute im Wald unterwegs gewesen. Da hat eine Hexin mir gesagt, ich muss dieses Spiel spielen mit meinen Freunden. Und wenn ich das nicht spiele, dann passieren ganz schlimme Sachen. Willst du mir sagen, Udi ist für immer jetzt weg, oder wie? Ich glaub schon. Oder die Hexe hat ihn. Nein, ich glaub, wir müssen das Spiel zu Ende spielen. Oh nein. Und dann kommt Udi. Und wenn wir uns weigern, verschwinden wir und wir sind immer verschwunden. Oh nein. Oh nein, Hanna. Das hättest du vorher sagen müssen. Aber ich hatte Angst, dass er da nicht mitspielt. Oh Mann. Oh Mann. Dann lasst uns das Spiel weiterspielen. Kommt schon. Oh Mann. Komm, Slimey. Leute, ein furchtbarer Fluch. Deswegen wollte Hanna also dieses dumme Spiel spielen. Oh Mann. Okay. Dann lasst uns weiterspielen. Auch wenn Udi jetzt weg ist. Äh. Ah, jetzt wo Udi weg ist, wer ist denn als nächstes dran, Hanna? Die Person, die Udi ausgewählt hat, muss jetzt jemand anderen auswählen. Nicht mich. Nicht mich. Ich, 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 ich nehm Braxy. Oh Mann. Braxy. Oh Lumi, du doofkommst. Hättest du Schleimi genommen. Ah, was nimmst du Braxy? Wahrheit oder Pflicht? Oh, ich glaub ich nehm Pflicht. Dann nehm schon, komm schon. Drück drauf auf den Knopf, Braxy. Ich trau mich aber nicht, Lumi, Mann. Mach schon, mach schon, mach schon. Schleimi, du doof mich drauf. Nein, du bist. Was ist die Aufgabe? Lies vor, Braxy. Oh nein, das kann ich nicht machen, Jungs. Lies vor. Hier steht, ich soll Udi's Aufgabe machen. Was war Udi's Aufgabe? Ich weiß es nicht mehr. Leute, wisst ihr es? Könnt ihr es in die Kommentare schreiben? Ich hab's vergessen. Stimmt. Warte mal. Sollte Udi nicht seine Ex-Freundin anrufen, oder? Ja. Glaube schon. Ruf an. Ruf an. Ruf an. Ruf an. Okay, okay, okay. Tut mir leid. Ich ruf an. Hä? Schleimi? Hörst du das? Irgendwas klingelt? Ich klingelt ein Telefon. Hä? Warum klingelt das hier in diesem Raum? Warte mal. Was ist... Ich klingelt nichts. Ich klingelt auf. Ich klingelt auf. Warte mal. Anas Hosentasche. Irgendwas hat da gerade vibriert. Warte mal. Willst du mir was sagen? Warte, was? Das ist eine lange Geschichte, Lumi. Wie? Warte, ich warte... Hä? Warte mal. Anna, war das dein Telefon? Ähm, nein. Hä? Das war Anas Telefon. Braxy? Ja? Warum? Warte mal. Ist das ein Missverständnis oder was geht hier vor sich? Warum hat Hannas Telefon... War das dein Telefon? Sei ehrlich, Hanna. Ja, okay. Das war mein Telefon. Braxy! Oh, aber das ist eine lange Geschichte. Oh Mann, ich kann es nicht glauben, Leute. Hannas Telefon hat geklingelt. Braxy sollte doch... Oh Mann. Oh, das... Das... Das werde ich ihm heimzahlen. Na warte, Braxy. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Okay. Du wählst jetzt die nächste Person aus, Braxy. Mach schon. Ich nehm... Hene Mene Mistes rappelt in der Kiste. Hene Mene Meck und du bist weg. Ich nehm Schleimi. Hä? Du hast aus Lumi geguckt. Aber... Ähm... Ja, ich nehm Wahrheit. Dann nehm Wahrheit. Drück drauf. Okay. Ähm... Seid ihr ready? Ja. Wir sind bereit. Und so. Und... Oha. Was steht drauf? Lies vor, lies vor. Okay. Was ist die Aufgabe? Sag schon. Du hast Wahrheit genommen, Schleimi. Was musst du uns verraten? Das Ding ist, das kann ich euch eigentlich vom Ding nicht sagen. Du musst uns das aber sagen. Du musst. Das ist die Aufgabe. Du hast doch gesehen, was mit oben passiert ist. Ja, nicht. Hä? 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 Was? Oh nein. Was ist passiert? Nein, jetzt. Oh Schleimi. Er ist. Er ist. Es regnet schon wieder. Er ist. Oh nein. Nein, nicht dasselbe. Schleimi. Schleimi. Oh nein, sag nicht. Er ist jetzt auch verschwundene. Oh doch. Ich hab doch gesagt, ihr müsst die Aufgaben machen. Oh nein. Jetzt ist Schleimi auch noch weg. Wir sind nur noch zu dritt. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh Leute, alle verschwinden nach und nach. Oh, das Spiel ist wirklich doof. Oh okay, ich setz mich wieder hin. Also Braxy, du musst jemand Neues auswählen. Hanna, du bist. Ähm, ähm, ähm. Wahrheit. Äh, Wahrheit? Ja, dann nimm Wahrheit. Oh oh. Was ist die Aufgabe? Ich muss dir was gestehen, Lumi. Äh, sag schon, wie lautet die Aufgabe? Ähm, hast du in diesem Spiel gelogen? Oh. Sag schon, hast du in dem Spiel gelogen, Hanna? Ja. Hanna? Es tut mir leid. Du hast gelogen? Wobei hast du gelogen? Ähm, ähm, das sag ich nicht. Du musst es sagen. Ähm. Nein, das stand da nicht drauf. Oh Mann, ich dachte, wir sind immer ehrlich zueinander. Oh Mann. Okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Wahrheit oder Pflicht? Äh. Oh Mann, nimm Pflicht. Bist du dir sicher, Braxy? Ganz sicher. Okay, dann. Du schaffst das. Oh Mann, ich. Okay, ich hab Pflicht genommen. Okay, was ist meine nächste Aufgabe? Und sie lautet? Nein. Was steht das auf? Was? Nein, 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 nein. Ich. Lumi. Ich. Das kann ich nicht machen. Wirklich nicht. Ich. Das. Das kann ich nicht tun. Wirklich nicht. Ich. 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 Was ist deine Aufgabe? Äh. Nein. Sag schon. Ich. Ich. Ich kann das wirklich nicht machen. Wirklich nicht. Ich. 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 Ich kann das nicht. Nein. Nein. Ich. Ich. Lumi. Nein. Lumi. Nein. Nein. Wirklich. Nein. 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 Lumi. Lumi. Äh. Was? Lumi. Lumi. Das war echt ein schlimmer Traum. Warte. Hanna. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen. Ich hatte gerade den schlimmsten Albtraum meines Lebens. Hi Lumi. Wie geht's dir? Um Überhaltung der Pflicht spielen? Warte. Was? Äh. Äh. Nein. Nein. Ah. Leute. Das gibt's nicht. Sie will Überhaltung der Pflicht spielen. Es geht alles von vorne los. Leute. Ihr müsst mich hier raushelfen. Ganz schnell. Bitte. Ihr müsst alle das Video liken. Innerhalb der nächsten drei Sekunden. Drei. Zwei. Eins. Oh. Kommt schon. Lass dein Like da, Leute. Oh. Ha. Ha. Und ansonsten. Affu. Und jedoch gerne meine Freunde. Link ist in der Beschreibung. Und checkt das Video ab an der Seite. Ha. Ha.